Seid euch nicht, seid nicht zu geizig, ein Euro oder so, ein Euro ist nichts, jeder hat einen Euro oder irgendwie ein paar Cent rumfliegen, weißt du, und diese paar Cent werden auf jeden Fall helfen, deswegen, tut etwas Gutes, ihr fühlt euch am Ende des Tages, fühlt ihr euch besser damit, ist einfach so. Und wenn ihr was Gutes tut, kriegt ihr das gleich zurück. Genau. Gleiches Mal, ja. Ihr kriegt was Gutes wieder zurück, genau so sollte man auch leben, ist einfach so. Also wenn ich Schuhi-Schwanz gebe, weiß ich, dass ich auch irgendwann Schwanz bekomme. Auch wenn man sich denkt, man will eigentlich nicht, aber... Genau. Hab ich gesagt, weißt du? Hab ich gesagt, von Al, Alter. Alberto. Hab ich gesagt. Wie, dann hast du noch Booster? Ja, gut, hab ich. Vier Minuten noch. Ich hab noch drei, okay. Machen wir die vier Minuten und dann ist erstmal Sende. Noch mal Pause. Genau, bevor wir nämlich zu weit weg von Schuhi sind, falls der die Tage wieder aufnehmen will und kann. Weil der hat ja jetzt die Zeit, die wir hier aufnehmen, hat der dann Pause, kann dann nichts hochladen. Aber Schuhi-Stimme vermisst, Mann. Jo. Ich hab heute mit dem Ding in Sloy gezockt, war ganz cool, Alter. Wir haben richtig geburned wieder vor Botnain, Alter. Alter, geht nicht, ich weiß nicht. Wir haben mit... Geht nicht. Genau, schöne Grüße an Exo. Du warst auch wieder mit... Nee, nee, Monkey war's, genau. Bad Luck Monkey. Ich glaub, Mustafa war's, ne? Ich kann mich... Ich kann Namen schlecht auseinanderhalten, also sorry, wenn ich was verwechsel, aber Mustafa... Naro Gami, glaub ich, müsste das gewesen sein. Der hat so viele Namen, der Junge, ne? Das ist der Wahnsinn. Ähm, Serpire in Lp, machst du eigentlich auch Abonnentenspiele? Ja, klar. Schreibt mich an, wenn ihr Dingens, äh... LoL spielen wollt oder so, oder... Ja, die Leute, die LoL mit mir zocken wollen, die haben mich eigentlich alle schon geedit. Aber wie kann ich dich am besten kontaktieren? Gibt's da irgendeinen Ort, wo du immer bist? Ihr geht auf den PS, Alter. Äh, die IP ist 188.40.44.147.9990. Alles aus dem Kopf, Bitches. Stört dich das nicht, wenn ich dich einfach anschreibe? Nein, Mann, niemals. Ihr könnt mich anschreiben. Er muss da nur mit so wenig... Hä? Das ist aber geil, ja? Ihr könnt mich anschreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ich antworte... Natürlich müsst ihr halt drauf warten, dass ich irgendwann antworte. Hin und wieder habe ich mal keinen Bock zu nabern, dann antworte ich auch nicht. Viele wissen das auch. Leute, die mich in Skype haben, Mika und so, die wissen, hin und wieder antworte ich einfach nicht. Aber meiste Zeit kommt irgendwas zurück, also... Es sind im Moment so viele Leute, dass ich gerade noch so drauf klarkomme. Deswegen, ihr könnt mich auch in Skype adden, zur Piran einfach eingeben. Müsstet ihr mich finden. Du bist sympathisch. Ich abonnier dich. Ja, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Like-Button, Share-Button. Ihr wisst alles. Bitte like, favorisiert, teilt. Boah, ne, ey. Direkt an A-Pan. Ganz ehrlich, drauf geschissen. Ich hab sowas, ja. Äh, liked es, wenn ihr Bock drauf habt. Disliked es, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Ähm, ansonsten guckt es euch einfach nicht an. Scheiß drauf. Abonniert Shui. Abonniert Shui, genau. Sowas ist wichtig. Äh, Shui abonnieren. Greed abonnieren, ganz wichtig. Ähm, Azi abonnieren. Die sind alle bei mir in der, äh, Subbox. Die, die könnt ihr... Wie finde ich die Subbox? Ganz easy. Ihr geht auf meinem Kanal. Und sobald ihr auf der Startseite von meinem Kanal, genau, sobald ihr auf der Startseite von meinem Kanal seid, guckt ihr nach rechts und da findet ihr Must-See. Also, die müsst ihr einfach euch angucken. Die Jungs sind übelst. Es ist witzig, Shui macht richtig geile LPs, Horror, übelst zum Feiern, ganz ehrlich. Ähm. Der... Besos hat Besos keinen Kanal? Weil Besos scheiße ist. Ähm. Dingens, ja, wenn Musa auch einen Kanal hat, dann kommt ihr natürlich auch in die Abobox. Ist ja logisch. Genau wie Alpen zum Beispiel. Wenn ihr einen Kanal habt, kommt ihr auch in die Abobox. Ähm. Auf jeden Fall, guckt euch die Jungs an. Wie wird's witzig. Azi, der zockt voll viel. Also, Azi macht... Der ist der Einzige, der sich von uns jetzt am meisten Mühe macht. Der hat zwar die wenigsten Abos von uns. Ich glaube 150. Aber dafür gibt er sich die größte Mühe. Der kennt sich mit dem Programm am besten aus. Selbst ein Greed-LP mit 2100 Abos mittlerweile, ähm, GZ dazu, Digga. Ähm. Bärger. Gibt sich nur halb so viel Mühe wie, äh, Azi. Ganz ehrlich. Ist einfach so. Hashtag ganz ehrlich. Ja, der Azi ist aber auch ein bisschen krank. Da kann es sogar die Million Abonnenten geben. Und, äh, jetzt werden wahrscheinlich einige von euch sagen, ja, der hat wahrscheinlich keine Arbeit und so. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Der arbeitet jeden Tag. Dann muss der noch zu Hause arbeiten. Also, Holzhacken und all so ein Schnickschnack. Von seinem Dad aus. Der, der wohnt mit seinem Dad zusammen. Hat so so sein eigenes Hausabteil und so. Auf jeden Fall, ähm, tut's euch an. Äh, der, der, der Azi, der Azi, der gibt sich sehr viel Mühe. Der arbeitet bis spät, der, bis spät abends. Und dann arbeitet der noch für YouTube bis spät in die Nacht rein. Der gibt sich richtig viel Mühe. Also. YouTube ist doch ein Hobby. Ja. Für mein, also, ich hab am Anfang auch gedacht, YouTube ist echt, echt, weiß ich nicht so. Ja, das ist halt, du zockst und nimmst Videos auf. Aha, Bock, Alter. Bock. Bock. Ja. Motiert zum Zirken. Ist einfach so. Ähm, jeder, der... Jeder, der irgendwie schon mal Videos gemacht hat und die gerendert hat und hochgeladen hat, weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Bei manchen mehr, so wie bei Azi. Bei manchen weniger, so wie bei mir. Also, ich bin... Oder wie bei mir gar nicht. Ich bin echt der größte Wichser, was das angeht, überhaupt. Schau einfach bei ihm Facebook vorbei. Dann wird's dir. Ja, ich hab hin und wieder... Genau, Facebook könnt ihr, äh, für die Leute, die... Das ist die übelste Überleitung. Hier kommt eine Überleitung nach Überleitung nach Überleitung nach Überleitung. Remix. Ihr dingelt's, ähm... Ihr könnt, wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, was LPs angeht, ETC, könnt ihr mich adden auf Facebook. Äh, slash SirPyronLP. Dort seht ihr, da schreibe ich... Also, das ist die Social Media, wo ich am meisten schreibe. Wo ihr auch seht, wann der Twitch-Stream online geht und wann die neuesten Videos rauskommen. Wenn irgendwas mal nicht stimmt, dort wird gepostet, warum und weshalb, warum MongoPyron wieder am Start ist und so weiter und so fort. Also, fast jeden Tag. Ähm, ja, könnt ihr da adden. Ihr könnt mir auch Fragen auf Ask stellen. Da bin ich auch hin und wieder unterwegs. Was heißt hin und wieder? Jeden Tag. Ich guck jeden Tag einmal drauf. Ähm, Twitter hab ich auch. Bitte? Wenn, wenn Stream ist oder irgendwas wichtig ist, twitter ich auch hin und wieder. Ich find so Twitter ist so das Einfachste, weil du hast Handy dabei, kannst kurz twittern. Mit ein paar twittern. Weißt du, dass ich gar nicht... Oh mein... Oh mein Gott. Abonniert einfach, Schuhe. Scheißt auf den. Als ob Schuhe so viel besser wäre, weißt du. Ja. Der macht zwar auch dumme Witze, aber die sind wenigstens noch halbwitzig. Was wolltest du gerade sagen, Digga? Ja, äh, ich geh schon mal Daz und mach mal schon mal die Packung drauf, ja. Jo. Ähm, genau. Wie viel hast du? Wie viel hast du? Ganze 26. Digga? Me too. Ich hab auch 26, jo. Ich hatte davor noch 12, ne? Du kannst mal sehen, Alter. Das Game liebt mich einfach. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen returnen und so. Ihr kennt das ganze Spielchen. Die Leute, die keinen Bock mehr haben, ihr könnt jetzt schon abhalten. Wird nichts mehr spannendes kommen. Abhalten. Abschalten, mein Gott. Mein Gott, der, 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 jetzt wollte ich dich Guido's nennen. Ja, ich bin Guido, ich will eine türkische Aufnahme. Ich will eine türkische Aufnahme. Ich will eine voll sauer auf mich sein. Ach, der, der guckt meine Videos gar nicht, der mag mich nicht mehr. Ach so. Guido's, keine Liebe mehr, Alter. Keine Liebe mehr mit Guido's. Ja, nee, echt. Den fand ich dich auch, ja? Voll schade, Guido's schon ewig nicht mehr gesehen. Bestimmt zwei Wochen oder so. Gefühlte. Du fehlst mir, Bro. Auf jeden Fall, ähm, ja, nein. Ja, nein. Der Guido's ist busy, Alter. Kann man verstehen. 2K-Abos. Da vergisst man schon seine Freunde. Nein, der gibt sich, der gibt sich echt Mühe. Also, ich finde auch seine... Der ist der Einzige von uns, der wirklich, der sitzt toll lange vom PC, auch nur für so mini Kleinigkeiten, wo ein Bild drauf ist, weißt du? Ganz ehrlich, äh, ja, das Problem bei dem ist auch, der hat halt nicht die beste Leitung. Ich glaube, der hat, wenn's hochkommt, 10K. Und das ist als Let's Player echt scheiße. 10K ist nichts. Ihr braucht, ganz ehrlich, wenn ihr Tipps haben wollt, ich gebe euch einen Tipp. Ihr braucht erstens einigermaßen gutes Equip. Muss jetzt nicht pornös sein. Wie teuer war dein Headset, was du gerade hast, Dinger? Äh, ich hab's für 60 gekauft, es kostet aber nur 30. Genau, so ein 30 Euro hätte es, das reicht vollkommen zu... Die Quali ist jetzt nicht mega Premium, aber sie ist auch nicht mega scheiße, weißt du? Ihr hört mich über das Aufnehmen jetzt ganz anders, als wenn ihr jetzt zäh seid. Genau, genau. Die Quali ist, weil ich mit meinen Aufnahmeprogramm, ihr kennt mich, ich bin einfach scheiße. Auf jeden Fall, ähm... Ja, ist so, Alter, ich hab's... Ich mach's ja erst... Du überraschst mich immer mehr, du überraschst mich echt immer mehr. Ich mach's jetzt seit anderthalb Jahren, also ich weiß immer noch nicht, wie das geht, aber trotzdem, danke schön. Äh, Dingens, was wollt ich sagen? Fuck, jetzt bin ich raus. Ähm... Du machst dich nicht mal Notizen, Mann. Der Greedos, Alter, der, ähm... Was wollt ich sagen? Der Greedos gibt sich auf jeden Fall viel Mühe. Lohnt sich. Der hat auch, ich finde, von uns fast die beste Quali, abgesehen von Azi. Also Azi ist jetzt oberste Schicht, der ist einfach nur... Der hat, der weiß, wie er perfekte Quali einfach raushaut. Der hat auch so, der hat auch gute Hilfe. Also man kann, ich kann Dimi zwar nicht leiden so unbedingt, aber der hat halt, äh... Dimi weiß halt, wie die Programme funktionieren und so. Der ist irgendwie Tontechniker oder so. Der weiß halt, wie man damit umgehen kann. Dadurch hat Azi halt auch ein bisschen Hilfe. Was ganz gut ist. Ähm... Azi klemmt sich auch immer direkt dahinter. Was ich sagen wollte, Greedos hat, finde ich, so einer der geilsten Qualis. Ich würde mir wünschen, der würde viel mehr mit Facecam machen, der Junge. Der hat ein sexy Gesicht, Alter. Der ist so sexy, der Junge. Ich hoffe, der eigentliche Mensch, der einen Tutorial-Boss verliert. Den Gesichtsausdruck hätte ich so gern gesehen. Was ich schade bei Greedos finde, ist, äh, ja, okay, das liegt aber daran, dass die Community größer wird. Der hat viele Flamer und viele... Ja, aber da kannst du nichts dagegen machen. Da machst du auch nichts gegen. Gibt immer irgendwelche Kinder. Selbst ich, ich hab letztens Video hochgeladen, äh... Ich glaube, nach zwei Sekunden hatte ich Dislike drauf. So, dann denke ich mir... Oh, ich hab'n Coin! Wut! 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 Wut? Wut! Wut! wir noch Return. Nicht mehr lang. Dann habe ich endlich mein Digimon. Ja, ich werde Digimon, glaube ich, weiterhin noch online sein, weil 14 Minuten, dann gibt es wieder Dingens. Ich gehe so lange essen, wir sind Pause machen, wir sind auch nur Menschen. Danke, Musa, dass du da warst, dass du wieder dabei warst, wie immer. Du alter Schnorrer. Schnorrer, ich wurde gezwungen. Nee, nee, das ist hier Dingens. Der hat mir Geld dafür gegeben, dass er rein kann. Also, wenn ihr auch einen möchtet, einfach 100 Euro zahlen. Jungs, das war ein Spaß, das war ein Spaß. Danke nochmal, dass du dabei warst. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis dann, viel Spaß noch. Tschaui. Tschüss.